Religion führt nicht zwangsläufig zu Konflikten, aber sie kann natürlich leicht als ideologische Rechtfertigung dienen. Allerdings sind auf christlicher wie auf muslimischer Seite mehr Kriege innerhalb der eigenen Reihen geführt worden, als Kriege gegeneinander. Jahrtausende nach Abraham erobern die Anhänger Mohammeds die heilige Stadt Jerusalem. Christliche Pilger sind hier als Söhne Abrahams auch weiterhin willkommen. Ein friedliches Arrangement, das vier Jahrhunderte Bestand hat. Auch weil der Koran zur Milde mahnt. Der Islam ist die einzig wahre Religion. Christen und Juden irren, aber ich muss sie respektieren, weil Teile ihrer Lehren wahr sind. Im 11. Jahrhundert greifen islamische Eiferer nach der Herrschaft im Heiligen Land. Christliche Kirchen werden geplündert und zerstört, Pilger ermordet. Ohne Erlaubnis darf jetzt kein Andersgläubiger mehr die heiligen Städten in Jerusalem betreten. Ein Glücksfall für den Kaiser von Byzanz. Dessen christlich-orthodoxes Reich steht vor dem Untergang. Seit Jahrzehnten bedrohen die Muslime seine Grenzen. Jetzt kann er auf Bruderhilfe hoffen. Immerhin sei die gesamte Christenheit bedroht, wie er an den Papst in Rom schreibt. Auch die kleinste militärische Unterstützung wird gegen die gottlosen Heiden von großem Nutzen sein. Für unser Reich und für die ganze Christenheit. Der Plan geht auf. 1095 ruft Papst Urban II. alle Christen dazu auf, die heilige Stadt zu befreien. Von einem gottfernen Volk mit ziellosem Gemüt. Urbans Worte entfachen eine hysterische Massenbewegung. Gott will es. Deus lovult soll die Menge skandiert haben. Aus ganz Europa machen sich Kreuzfahrer auf, um Jerusalem vom muslimischen Joch zu befreien. Nur ein Vorwand? Der eigentliche Grund war, dass die Reichtümer der Welt damals eben nicht in Europa lagen, sondern im Orient. Die ersten Opfer der plündernden Eiferer sind vielerorts die Juden. Allein im ersten Jahr der Kreuzzüge werden 5000 Menschen ermordet. Vier Jahre nach der Brandrede des Papstes steht das christliche Heer vor Jerusalem. Verhandlungen über eine friedliche Übergabe, wie zuvor bei den Muslimen, gibt es nicht. Drei Tage dauert der Blutrausch der Kreuzritter. Wie ein Kronist berichtet. Alle Feinde, die sie finden konnten, streckten sie mit der Schärfe ihres Schwertes nieder, ohne jemanden zu schonen, und erfüllten alles mit Blut. Am Ende haben die Soldaten Gottes 30.000 Menschen ermordet. Eine Erfahrung, die das Verhältnis der Religionen bis heute prägt. 200 Jahre wird die christliche Herrschaft im Nahen Osten dauern. Eine kulturelle Blüte, wie im muslimischen Spanien, gibt es nicht. Die rabiaten Franken mit ihren Kreuzesschwüren verbreiten Angst statt Bewunderung. Und statt den Glauben der Muslime zu tolerieren, rufen christliche Theologen zur Schmähung des Propheten Mohammed auf. Es macht nichts, wenn man übel spricht von jemandem, dessen Bosheit ohnehin alle Maße übertrifft. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts beginnt die Rückeroberung der christlichen Königreiche. An der Spitze der muslimischen Streitmacht steht kein fanatischer Rächer, eher ein kluger Taktiker. Saladin, der Sultan von Ägypten. Nach der Eroberung Jerusalems gewährt er den Christen freien Abzug. Gegen Lösegeld. An den neuen Machtverhältnissen ändern auch zwei weitere Kreuzzüge nichts. Dann tritt auf christlicher Seite einer in Erscheinung, der auf Worte und nicht auf Gewalt setzt. Der Stauferkaiser Friedrich II. Er verhandelt einen Waffenstillstand. Jerusalem steht wieder für christliche Pilger offen. Eine pragmatische Politik, die den Herrscher in Kirchenkreisen verdächtig macht. In einer zeitgenössischen Karikatur ist Friedrich als Drache dargestellt, der das Christentum bedroht. Im Orient geht das goldene Zeitalter des Islam mit dem Angriff dieser Reiter zu Ende. Ausgerechnet die heidnischen Mongolen versetzten dem muslimischen Imperium den Todesstoß. Bagdad wird zerstört, aber das Eich war zu der Zeit schon außerordentlich schwach. Es hatten sich da sozusagen unter einer formalen Oberhoheit des Kalifen überall irgendwelche mehr oder weniger großen Herrschaftsgebiete entwickelt. In den nächsten zwei Jahrhunderten beginnt im Abendland eine gewaltige kulturelle Aufholjagd. Christliche Seefahrer halten Kurs auf neue Welten. Ihnen folgen Missionare, die den Glauben der Eroberer verbreiten. Reformatoren wie Martin Luther zweifeln die Autorität der Kirche an und spalten sie. Letternsatz und Druckerpresse verstärken den religiösen Boppel. An dessen Ende die Trennung von Staat und Religion stehen wird. Sommer 1529. Wien. Die Hauptstadt des Habsburger Reiches unter Kanonenbeschuss. 20.000 Soldaten verteidigen die Stadt gegen 120.000 Angreifer. Die Osmanen. Das Heer Sultan Suleimans hat schon Bagdad, Tripolis und Belgrad eingenommen. Ein Beutezug, der 200 Jahre zuvor beginnt. Unter ihrem Anführer Osman erobern berittene Nomaden aus Anatolien die Türkei. Schlagkräftig. Effizient. Also das Osmanische Reich, sozusagen auf seinem Höhepunkt sozusagen, ist eine Bürokratie gewesen. Und zwar sowohl eine Militärbürokratie wie auch eine Verwaltungsbürokratie. Das ist ja das Interessante und einer der Gründe für den Erfolg dieses Reiches. Es entsteht da nämlich kein Adel, so wie wir den in Europa kennen. Europa ist das nächste Ziel. 1453 belagern die Osmanen das christliche Konstantinopel, die Hauptstadt von Byzanz. Am 29. Mai brechen sie durch. Die muslimische Eroberung markiert das Ende eines Zeitalters. Das Oströmische Reich geht unter. Der letzte Kaiser fällt. Das einstige Rom des Ostens, benannt nach Konstantin, dem ersten christlichen Kaiser, wird Hauptstadt der Osmanen. Die prächtige Hauptkirche Hagia Sophia gestalten die neun Machthaber um. Zur Moschee. Für das Abendland ein Schock, der lange nachwirken wird. Der Türk ist kommen auf die Bahn Oset, wie er tut hausend. Da wird natürlich sozusagen das christliche Moment in den Vordergrund gestellt. Sehr viel stärker als von der osmanischen Seite. Für die Osmanen war es eher eine Frage der politischen, vor allen Dingen aber der wirtschaftlichen Expansion. Das Osmanische Reich wächst. Es entsteht ein Vielvölkerstaat von Persien über Nordafrika bis nach Südeuropa, in dem Moslems, Christen und Juden leben. Regiert vom Sultan in Konstantinopel. Im Oktober 1529 stehen die Osmanen vor Wien. Doch wie durch ein Wunder brechen sie ihren Angriff ab. Nach nur drei Wochen. Wegen des überraschend frühen Wintereinbruchs. Ein Zeichen Gottes? Die Angst treibt die Menschen in die Kirchen, wo sie Ungeheuerliches erfahren. Die Türken seien die Strafe Gottes, predigt Martin Luther. Strafe für die Verfehlungen der katholischen Kirche. Wie der Papst der Antichrist ist, so ist der Türke der leibhaftige Teufel. Es gibt also zwei sozusagen große Gefahren für das Christentum, also in seinem Verständnis. Das eine ist der Sultan des Osmanischen Reiches und das andere ist natürlich der Papst in Rom. Und der Papst in Rom, das ist der Schlimmere, denn der Wüste ist eigentlich besser. Protestanten gegen Katholiken. 30 Jahre Tod und Verwüstung im Abendland. Der 30-jährige Krieg wirkt lange nach. Der größte Adalas bis zum Zweiten Weltkrieg. Das ausgeblutete Mitteleuropa sieht sich 1683 erneut bedroht. Zum zweiten Mal stehen die Türken, wie man die Osmanen nennt, vor Wien. Großvisier Kara Mustafa belagert die Stadt. Den ganzen Sommer über lässt er Wien beschießen. Anfang September will er in die Kaiserstadt einmarschieren. Verteidigt wird Wien vom Heiligen Römischen Reich, Vatikan, Venedig und Polen. Frankreich hingegen ist mit den Osmanen verbündet, England neutral. Also kein reiner Krieg zwischen Christen und Muslimen. Polens König Jan Sobieski führt mit seinem Angriff auf die osmanischen Stellungen die entscheidende Wende herbei. Kara Mustafa muss fliehen. Damit hatte er nicht gerechnet. Der Anfang vom Ende des Osmanischen Weltreichs. Ich würde sagen, diese ständige Bereitschaft, Kriegsbereitschaft oder die Befindlichkeit in Kriegszuständen hat einfach so eine, auch eine reiche Gesellschaft wie diese einfach dann erschöpft. Irgendwann ist eine Grenze gegeben. Das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert gilt als rückständig, wird verspottet als kranker Mann am Bosporus. Die berühmte Bagdad-Bahn soll für Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg sorgen, dem Sultanat zu neuer Kraft verhelfen. Ein ehrgeiziges Projekt, initiiert und bezahlt vom Deutschen Reich. Berlin will den Sultan stärken gegen das boomende Kolonialreich der Briten. 1898 reist Wilhelm II. nach Konstantinopel. Staatsbesuch bei Sultan Abdülhamid II. Dabei zeigt sich, der deutsche Kaiser sympathisiert offen mit den Muslimen. Wäre ich nicht als Christ geboren, so wäre ich ein Muslim. Wilhelm II. lässt sich von den Osmanen feiern. Und legt den Grundstein für eine lang andauernde deutsch-türkische Freundschaft. Weil Deutschland zweimal sich gegen die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien und dann auch im Endeffekt Russland als Kolonialmacht gewendet haben. Der Erste Weltkrieg stellt die deutsch-türkische Freundschaft auf eine Probe. Für muslimische Kriegsgefangene aus den alliierten Kolonien lässt Wilhelm II. in Berlin eine Moschee bauen. Die erste auf deutschem Boden.